Und da ich richtig Bock hab, grad mal weiter zu zocken, hab ich jetzt einfach nur grad geschnitten und hab direkt weiter gemacht. Ähm, ja. Weil sonst vergesse ich, dass ich die Kleine hier, nämlich versuchen wollte zu überreden. Mit 44%! Das probieren wir. Mal sehen, was dabei... Jawoll! Damit haben wir eine kleine... Ähm, ja. Äh, nein, nein. Waaah! Überfordert! So, wer hat denn wenig HP? Okay, ja, die Kleinen, die ich grad überredet hab. Das ist echt ein bisschen wenig. Also, werd ich's immer sagen. Nein! Äh, die kann ich... Ah, ich bin so doof! Also, das ist ja echt das Letzte. Ich bin... Ah! Aber... Warte mal, die kann man nicht heilen? Stimmt! Hä? Warum? Das ist doch nicht euer Ernst. Also, das ist der Glieder. Aber das ist... Leute, das ist... Das ist doch unfair. Das ist doch unfair. Au! Das ist doch echt unfair. Uh, uh, wow. Die geben 150, ja. Egal. Aber das ist doch... Wie? Ich kann die nicht heilen! Das heißt... Das heißt... Das heißt, die Kleine hat ein Problem. Nämlich, sie hat wenig Leben. Das ist so ihr Problem, was ich so im Moment sehe. Egal. Fireball. Weiter. Fireball, nicht Fireball. Das ist Denglish. Yay, Denglish for the win. So, Drache. Ähm. Ach, die Kleine gehört zu mir. Ah, stimmt. Das war die mit dem Fernkampf. Sie ist weiblich. Und der Typ ist männlich. Probier mir's! Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Außer vielleicht einen Schlag in die Fresse zu kriegen. Verdammt! Au! Ja, das tut immer sehr weh. Mit Pecham verlieren wir jetzt unsere ersten Charaktere. Das wäre überhaupt nicht geil. Naja. Sehen wir dann, was dabei rumkommt. Ähm... Ja... Hab ich sonst noch... Yay! Ne, toll! Ey, die macht genauso viel Schaden wie der! Das soll Ninja sein! Ein Kämpfer, ja? Na, ich... Egal. Ich reg mich über dieses Spiel nicht auf. Ich werde weiter da bleiben. Und... Sag mal, kannst du was anderes außer schlafen? Sag doch dieselbe, oder? Sonst reg ich mich umsonst auf. Verdammt! Ich hab mich umsonst geregt. Oh, es war um der Ninja, der im Schlafen war. Ey! Oh Gott! Klau mir! Entschuldige... Oh Gott! Okay, die Aufnahme wird, glaube ich, gar nichts. Ich bin im Moment eh so ein bisschen durch den Wind. Wie man das so schön sagt. Einfach, weil... Ja... Weil von wegen ist so. Bin halt ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen aggressiver als sonst. Aber ich glaube, das sollte euch nicht stören. Zumindest nicht so großartig. So habt ihr wenigstens noch was zum Lachen dabei. Und ich werde weiterhin den versuchen zu überreden. Komm schon, 45%. Muss klappen, das muss klappen. Jawel! Fixen Whisper. Okay, das Semblem hatte ich noch nicht. Was daraus kommt, werde ich dann sehen. Yay! Poison Fang. Poison Breath. Lass ich den jetzt töten? Ja. Egal. Der tötet den jetzt. Und dann sind alle glücklich, weil alle tot sind. Und alle sind zufrieden. Und ja. My love, I can finally join you. Oh Gott, was für eine Emo! Also, ich hab nichts gegen Emos, aber... Alter! Das war ja wohl grad mal Oberschwul. A tough resurrection? Yay! Geile Schwert! Äh, will ich den haben? Ja. Man kann nie genug... Die auch. Man kann nie genug Leute in seiner Truppe, bla, Dings da haben. So. Yay. Yay! Den kenn ich doch! Riktor, Riktor. Ah ja, das war der Typ, der uns mitgenommen hat. Von dem her... I'm fine. Und... Okay, viele Menschen sterben. Keiner hat Spaß. Aber na. Ja, was ist unsere wahre Mission? I don't care what happened, as long as you're safe. Come back and we'll talk. Äh, nööööö. Voll nett. Ja, diese Frau hat mein Leben gerettet. Please forget about me. Soll mich vergessen. Vergessen ist nie schön. Leute zu vergessen ist nie schön. Ja, egal. Listen sie. Egal, ich wollte es nicht vorlesen. Das ist was, was ich noch immer weiß. Okay, der hat uns echt mal ein geiles Angebot gemacht. Warum können wir jetzt nicht ausruhen? Ich würde jetzt so gerne mit dir mitgehen. Anstatt bei dieser komischen Magierin zu bleiben, weil der hat wenigstens, dann hätte ich wenigstens einen zweiten Healer. Oh Gott, Story. Ich meine, die Story ist toll, aber mein Gott. Why are you here? Ich bin hier, weil... Keine Ahnung. Hand of the Pope. Hey, Hand des Papstes. Ja, Hand des Papstes. Ja, Hand des Papstes. Oh Gott. Story, Story. Yay. Warum bist du denn hier? Ja, Frau, stirb. Ja, talk to me like that. I'm sorry about there's no point of talking to you now. No, it's the name true. So viel dazu. Ich glaube, der kann uns echt nicht mehr leiden. Der kann uns echt nicht mehr leiden. Ähm... Ähm... Damit, äh, weiß ich glaube ich, wen wir als Feind haben. Ähm... Aber ich glaube, da kann man nicht viel zu machen. Yay, Fenster. Boat, Runner, 400 Years, Circuit Spare. Höre ich zu? Ja. Mache ich. Also, draußen scheint es zu regnen. Wir können nicht losfahren. Ich mach das Ganze mal ein bisschen schneller, weil die Story ist... Die ist ja... Oh, gerade mal... Wenn du wirklich jedem Punkt folgen musst... Ich kämpfe mit Richter, dann... Oh, gut. Ich hatte keine Chance. Oh, Gott. Ey, wir sind naiv. Warum sind wir naiv? Wir sind nicht naiv. Hey! Die ist scheiße. Oh, Gott. Dass die hier jetzt... Jetzt, wo man weiß, dass die vom Papst kommt, schwallt die echt auf einmal viel mehr. Die schwallt ja echt... Wie so ein Priester. Oh, mein Gott. Ja, ich glaube, die Story kriegen wir heute nicht mehr rum. Cool. Yay, komischer Mann. So, ich glaube, hier muss ich jetzt auch mal langsam einen Cut machen, weil ich glaube, ich bin schon über der Zeit. Ja, aber das sehen wir dann. Und damit würde ich sagen, Leute, let it go, Tschau, tschau, euer Black Zed. Tschö.